willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute diesen glas vorstellen nein ist nicht der glas falsches bild haben sie reingemacht eines haltet sich hier wie wir sehen um den volvo bm steht einmal hier ja der kostet hier uns 160.000 euro und 8.100 leasing und der sieht schon mal sehr schick aus hat er schon mal elektraulik hat hier unten ein haken zwei abfällen soll er da haben wie wir sehen und ein hitchhaken 50 km h soll das schnell sein und 200 m kraftstoff tank und hat hier eine leistung von 232 ps entsprechend hier 171 kw ja wie man sehen ist es wieder ein mod der was kommt verdient worden ist wo dieser eintrag mit unterhalt am tag euro wir kaufen den mal ganz gespannt was uns jetzt hier alles erwartet haben wir jetzt hier also motor leider wurde hier wie wir sehen nicht modelliert haben es ein bild davor getan und einen echten motor sieht nicht schön aus wenn man so davor steht gut schon ein bisschen die augen wie hier die textur hier von den turbo 814 auch nicht schön das volvo bm auch leider nicht schön eps also gps 123 steht da an der seite dran als woher mit dem kennzeichen steigt ein und zumal innen drin an ist hier das ja alles wo das ist ja auch so ein foto drauf am rahmen sind sehr hoch zu ändern sich spielen auch nicht so schön beim lenkrad ja also animiert ja das ist schon mal leider nicht aber noch was wir hier noch haben nein wir haben uns leider eine animation so wir haben wir haben uns natürlich mal ab schauen was da passiert und starr zu sein Und jetzt vorher, sehen wir, stare Achse, im Bild hat er mir relativ gut gefallen, müssen wir mal sehen, das Männchen hockt ganz weit hinten, irgendwie, Hände weit weg vom Lenkrad, irgendwie das Größenfeld ist nicht. Der Ramm spritzt schon mal so, umher, da kommen die Schnellbeheer an, eigentlich das Kammer haben wir schon mal drauf, und dann haben wir der Front, ich, bei, Duftfilter haben wir dran, wir haben jetzt bei uns ein HD80, Wir sehen hier, Ast, fahren halt auch entsprechend, die Schlüssel gehen auch so weit ran, oder nehmen wir hier unseren anderen, das ist so komisch, in der so Öl nach hinten direkt, komisch, Oh, überhaupt nicht schön, muss ich sagen, jetzt haben sie schon drin, jetzt haben sie das Männchen zu klein gemacht, oder der Traktor ist zu groß. Das ist leider der Aufnahme für den Kugelkopf, sehen wir hier gerade, ah, er geht hier schon mal auf den Top da ran, wir gehen jetzt hier zurück, äh, Das ist ja von jemandem auch der erste Mod, auch sein, und, mal sehen, die Eklik-Kaule geht aber nicht wirklich so richtig auf, Ich bauere bedingt wegen der Kabine oder so, ist ja eh schon rein. So, jetzt machen wir hier bei denen unser Licht fest, das Schmutzig ist ja schon ziemlich gut geworden, wir sehen hier an der Seite hier die Hälle vorne so hergehen, man sollte das Allrad hier darstellen, von der Lenkung her sehen wir nicht. Das Schmutzvögel geht hier vorne in den Rahmen rein. Oh, wir haben hier drin, also, Barnings, Eros, können wir sehen. Leider ist dieser Mod, leider, bei. Weiß ja nicht, ob jemand dann eigentlich so ein Mod gern spielen möchte. Ja, woher, also, hört, schon verlockend, aber, aha, Licht hier, geht hier auch nicht. Weiß ja, was hier funktioniert, ist die Rundumleuchte. Ja, geht aber hier auch nicht. Und die Hupe. Ja, wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, würde mich freuen, wenn du dir reinschaust. Und natürlich, bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao.